ja so vielleicht ist es jetzt Anfang der Folge dann würde jetzt die Folge Julian was soll ich entscheiden es gibt ja Leute spielen nur in Z-Personal das kann ich mir vorliegen ich mein Gott ich wollte vorstellen ich bin ich nicht es gibt keine Leute die in Z-Personal doch gibt's wirklich doch gibt's gibt's das gibt's wirklich aber ich hab so ein Unterwasser die sieht voll geil aus kann man in Diamant Haken nicht verzaubern und Leute wenn ich jetzt wirklich zu festen spielen wenn ich gleich im Nether gehe ich gehe von dem Monsterfall ist einfach es ist nicht so gefährlich die Z-Person zu spielen man hat aber in Z-Person wo man nicht von hinten sieht man nicht von vorne von vorne was von vorne zu behindert ein können wir machen gleich auch eine Folge mein Ziel wo man einen von vorne sieht Näää also ich hab grad Level 1 behutsam ich hab grad bei Diamant Axt Level 11 enthanded und hab Behutsamkeit 1 Haltbarkeit Haltbarkeit ähm äh hier 2 und Effizienz 2 Leute wie behindert war das denn jetzt von mir ich wär fast mit 36 Level abgekratzt weil ich keinen Bock hatte im Wasserfall runter zu gehen da bin ich einfach runtergesprungen und hab gar nicht so drauf geachtet dass das keine Ahnung wie viele Blöcke waren oh klo knapp ist abgekratzt aber ich hab noch drei Herzen aber ich mach auch immer im Nether einfach so ja komm hast 20 Level Scheiß drauf ich hoffe du überlebst den Spürzen und dann äh Leute hier ist so ne Skelett Armee was heißt Armee vier Skelette und die haben mich gerade von so ner Steinkante runter abgeschossen ich hab noch nie ich hab noch nie hat er was gedroppt hat Expo bist du ein Skelett-Fan Wieso fragst du mich nicht? ich wette du hast du überall so Klakate und so von Skeletten ja klar du nicht oder was? doch noch nie jeder liebt du hast keine du hast keine Skelett-Plakate an der Wand ey du sagst du mal bist du denn? ein weiterer Helm sonst findet man ja immer so richtig viel Rästchen aber jetzt wo ich Rästchen brauche finde ich hier gar nichts haha ich hab hier irgendwo mal einen Schwer dahingetan ah da oben so zwei okay Rästchen oh Lapislazu die Blöcke sehen auch richtig geil aus eigentlich ich finde immer nur einer Ohren also das bleibt immer nur einer ich finde immer mehr ja auch gerade um Rästchen aber zwei Waren ab in die Monsterfalle die ersten Mal ist ich ich brauche jetzt ab direkt in der Unterkaufsendung ein Geschenk kommen aus dem Lagerkurs die erst gefunden was um 6 6 Kurs Prozent Julian ich hab was für dich ich komme gerade ab dem Werk jetzt abgetragen nein von der Schaufel ich habe noch lange nicht wollten wir schon mit der Schaufelserbeaufgaben sind bei 30 Leuten ich kriege dafür nicht mal was Lennart soll das 1 Lennart bei der Wasser ich bin was er ist er mir will er an ich habe was er gegeben waren ja trotzdem schlägt mich nicht weiter schätzt man ich trage den Berg für dich ab und du Prozent schlägt mit einem Eisenschwert die ganze Zeit. Warum? Ich hab dich nur dreimal mit einem Eisenschwert geschlagen. Selbst wenn ich hab einfach die Luft geschlagen und du warst da, Mann. Wenn du uns nicht mal geträgt trinkst, warum machst du das? Ja, aber du hast mich mit meinem Schwert geschlagen. Erinnerst du dich? Ja, ich hab... Ach, Mann, egal. Damit wenigstens das Zeug nicht auf. Hab ich auch nicht. Und bleib da in der Nähe, damit du auch kein Viech auszuhammelt. Okay, dann gehst du in der Nähe. Das war so lustig, wenn Juli ein Fehler macht, dass er direkt um alle anderen beschuldigt. Aber ist doch so, man ist mal nicht meine Schuld. Juli macht immer... immer sind die anderen Schuld, ne? Das war's doch, ja... Ja gut, ich hab mich vielleicht gekillt, aber trotzdem mal so ein Wochenende. Und ich hab mich mit meinem Schwert geschlagen. Und ich hab mich mit einem Eisenschwert geschlagen. Irgendwie hätten wir, Juli im Moment... Du hast eine volle Diorrüstung, ich hatte nichts. Und du hast mich mit meinem Schwert geschlagen. Ja, hab ich jetzt auch kapiert. Was willst du überhaupt schenken? Warum willst du überhaupt nicht zum Lager kommen? Ich wollte ja eigentlich was geben, aber kriegst jetzt nicht mehr. Ja gut, dann bin ich jetzt nicht mal zur Fall. Willst du denn Sachen überhaupt aufsammeln? Doch klar will ich das. Da bin ich immer zur Fall. Da bin ich immer zur Fall. Wir fährten Diamantschwert, Julian. Habe ich nicht aufgesammelt. Eisenschwert vielleicht nicht, die Mannschwert. Eisenschwert fehlt dir wirklich nicht. Ah, wer mehr genug Diamanten kann nicht mehr gleich neu machen. Der hat noch in der Mann steht übrig. Der, äh, schwer Waffentruck. Oh, nicht das Volk. Ne, nicht ganz. Voll. Oh, Diamanten. Geil. Was? Alter Leer, was soll das? Was machst du? Ich wollte grad leveln. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich wollte grad leveln. Was machst du? Was machst du? Ich brauch auch leveln. Ich war leveln. Level 5, ja. Und ich brauchte leveln. 5 für meine Entscharnung. Boah, leveln. 5, äh. Soll ich dir kurz das geben, was du wolltest? Soll ich das kurz zusammen machen? Nein. Na gut. Level 5 ist nicht viel. Trotzdem. Ne, Level 6 brauchte ich. Und für das andere Level 9. Level 6 ist auch nicht viel. schon. Ich hab jetzt grad zu level 20. Du wird uns beide zusammettu. Ich hab jetzt grad zu level 20. Wir tritt uns carefully zusammen, du. ly, man checkt dir das jetzt Kmusik auf, man sich scha filters climbing. Ist ein Demand-Squert. Ich sched... Br despite anyone. Ist... Wir brauchen keinen Demand-Squert dafür. könnte ich mir ein Norbert geben. man hat es aufkommen b und man soll sich erst gar nicht das Ah, Spinnen. Letztes Level hast du jetzt? Okay, ich hab ne Miene gefunden. Yay. Auf Höhe. Ist das ein Scheiß auf? Auf Höhe 42 hab ich ne Miene gefunden. Und? Miene könnte überall vorkommen. Dezember. Was? Die ist trotzdem scheiße, dass du mir nicht mit ner Höhe warst. Boah. Boah. Warte, das kann man. Letztes Level hast du? Nice. Ähm, Herr Kacke. Ähm, Herr Kacke. Ähm, Herr Kacke. Ja, was ist denn gute Musik? Warum? Warum? Hallo, die Folge ist ja in drei, eine halbe Stunde, nicht nur ne Viertelstunde auf Fahrt. Wieso machst du es eigentlich, was kriegst du denn von Lennart, wenn du es schaffst? Ja, ich wüsste nicht schaffst. Das ist auch immer lustig. Auf dich zu schaffen. Ich könnte nicht jetzt zum Hansen. Ja, dich, ich kurz auch alle Zeit. Essendor, du lach, du leidere, du leidere. Wie viele hast du jetzt nach vorne? 5. auch aber 6 was ist aber nicht gleich fünfzehn war wenn sie nicht ich gucke ich gucke auf ihn und Prozent Prozent und 22 außerdem lehrt halt um ich habe ich hätte ich ja Prozent die Schadkirche ich nicht eher angreifen durfte ganz für mich die auch um das vom Bogen gegeben dann durch die Abschiedene nicht alle mit dem Geld verleihen einmal habe ich nicht am Ende zweimal oder dreimal ja und ich habe ja jetzt öfter was gegeben und jetzt rechtfertigt dass das trotzdem noch nur die Schrift doch ein Juli an die Sachen mit dem Bogen hat mir gekehrt muss den dafür vernichten er nach dem Weg als kann es dadurch nicht mehr zurück darauf berufen ja gut du musst es muss ich für mich wo es in Wurzweiler folgen hast du dich mal mit dem Bogen wo es sich die eine Sache für gegeben hat angegriffen wo er mit ihm sagt dass man mich nicht angreift also ja und ich habe ja auch mehrere Schwerter gegeben beziehungsweise ein OP-Schwert womit du mich nicht angreifen soll eben auch ich hab mir lohnt keiner geschehen ich habe ich nicht einmal geschlagen du hast mir jetzt auch noch einen Scheiß Eisenschwert gegeben das kannst du auch zurück ins Lager tun das war nur halt zum Farm gedacht damit du kein Diamantschwert verschwendest wo ist denn das Diamantschwert was ich mir nehmen sollte aus dem Lager äh das ist in der Waffenkiste ach so das ist nicht ganz aber 24 Level auch Gerichtsbommer gefunden und die Kamera und die immer wieder auf meinem Kopf Unendlichkeitsbuch das stimmt ich muss nur mal einen guten Boden ja ich bin ja eigentlich schon eine ganze dabei aber jetzt gerade hat man sich auch nur Level 12 Wartes insgesamt oder was ich muss mal ganz kurz was nachgucken ich denke ob man die Sache noch mal ja das kann man nachgucken ja eben in der Mainz in der Halt es wird aus Alter das geht Julian und das kostet 5 Level das wird zusammen zu tun das ist er Scherz von Verbrennung 2 und er hat kannst du gucken ob Unendlichkeitsflammer 1 und Stärke 4 noch mal zusammen geht das kann man nicht reparieren Nein in der Verstattung an Stärke 4 Flammer 1 und Endlichkeitsflammer 1 und Endlichkeitsflammer schlagt drauf Eier ohne Schlagglieder ich kann ich auch dann Stärke 5 haben ja glaubt schon guck das vor kurzem Fingernach wir haben jetzt kein Wort drauf ein Stück zwei Diamanten in der Truhe und sie ist Prozent St es ist man muss der Verhandlung sie wird ein ich könnte jetzt auch mal ein paar Montage und das da blablabla da blablabla der hielt eine Möhre in der Hand da blablabla da blablabla da blablabla das Spiel ist ganz mehr später zeigen und finden zehn Folgen oder so wie man Haltrenkel braucht und das wird mit ich bin ja ich weiß ich glaube man ist nicht ja muss man ja das ist der drückgang von Braustand du brauchst Lohnrouten ja ich muss sonst versorgen sie was 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 ich kriege Nisch zum Kurs gehen ja gut die Läden die Läden 26 Prozent 6 und 20 Euro und sich um 38 Fäden schon das sind nur so vielmals kein Lob immer wieder kriegen wird in Exo ja so ich bin gar nichts 10 2 60 es geht es vor uns vor allem exkollt kann mir mehr so direkt bei der schenken wenn du da tauschen es jetzt schon nicht ich kann nicht doch was ich schon mal schade genommen 6 aus der Füße nein es war ein zwanzigste Weile zurückgeben da wäre dann kein Fall mehr richtig er hat extra Gewissensbrüche und wie 4 Leuchten von den Apfel in der Art und dann schon Tor befunden sich ewig nicht mehr ist in der Nummer die Karte von Meier und Abwehr ein Opel von Karchie zu nehmen die Maske hat die Miro springen auf und ab wie ein Gummibär so ich habe schon seit über 15 Minuten neuer wir sagen 40 mal oder ich habe 30 und er hat noch helfen ja kann ich kurz ein bisschen Löffel von Freiburgs an der Verkennung der Städte als dort auch bei der Verlangenheit und Dauert sich für den Kurs das hat mich aber auch noch ein Problem ja gut von vorgabend verzauberten Gäschwert kann ich mir ein Eisenschwert geben Prozent ab leider hat doch ich hab noch ein fast kaputt das ist hier 30 sich reizt ich bin fast Level 8 und Sportler wird wird jetzt kommt so ich bin gerade nach 20 prozent 3 3 aber schärfe 5 denn gut die herz macht was schon also ganz ehrlich gegen monsterschöpfen ist richtig ist eigentlich nutzlos zum mit haben zwölf herzen glaube ich ich bin dann glaube ich 15 oder so wir waren auch 20 und skelett auch 20 und um die geschärft und ein jetzt der mitte zu und der schwarzen macht sie Prozent abschärfe 3 es ging was total egal ich hätte das Wort immer zwei nun gegen spieler Zeit anders aber bei monstern ist immer abschärfe 3 2 ich warte noch nicht ich bin fast level 10 aber das kommt Gott nicht kann man eigentlich so kurz selbst machen ja klar Quatsch ja gibt es auch ein Anliegen was stimmt okay egal wie man sich in den Kopf von innen wegen der Fackel das ist aber zu tun man sich in den Kopf von innen Juli ich bin level 11 kann ich ganz kurz dein Eisenschwert haben warte ja aber gibt es wieder brauche ich noch oh ich hab ne Idee das ist nicht was machst du was ist denn was ist denn es wird das Album war es Torp für mich was hat geliebt was hier ist das was für mich so schön es ist das heißt weil es für die Idee hat es zu er will ihr Post schicken ich habe mal kurz ab und auch mal nach 100 4 ich konnte es bei denen 290 kein neuer ist niemals 100 Abonnenten schaffen er ist so du wirst niemals mehr 100 Abonnenten 100 mehr Abonnenten meinst du also 200 Neumanns Abonnenten genau 100 ja aber du wirst nicht mehr haben niemand doch Lennart Lennart die St die St was der hier ist gemacht ich habe mich nicht verleidigt oder so sag er hat gesagt, du wirst niemals 100 Abonnenten haben, dann habe ich gesagt, doch Lennart du weißt warum ahaha, ihr seid so lustig guck mal, ich bleib für das auch Mirolf hat nur zwei richtige Abonnenten ja auf jeden Fall und das sind ähm so einer aus Polen nein, das sind du und Exo und Lennart mit irgendwie 200 Accounts äh ja auf jeden Fall mit denen er sich auch selbst um wie viele Accounts kann man nur machen, lernt? man braucht eine neue Telefonnummer irgendwann aber man braucht eine neue Telefonnummer du brauchst ein neues Handy und Scherber verdammt nochmal auf du bist so dumm, man braucht noch kein neues wenn ein neues Handy hat, dann hat man noch nicht auch z.B. eine neue Telefonnummer wenn man den Anbieter wechselt, dann hat man eine neue Telefonnummer ja, schönfällig Mongole Lennart, ich hab Diamanten gefunden freut dich das das war auch so Lennart das nicht oh, okay, ich hab 30 Lennart und ne Karotte, geil und ne Karotte, geil die Wurensoffen Lennart die Wurensoffen Lennart kurz weg 10 3 4 5 5 5 6 die 30 Prozent und das halte genau um 40 Mann jetzt geht es sich wieder aus kurzer Karte das war es von dieser Folge